Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag gemeinsam. Lesen Sie auch unheimlicher Täter Briefbomben an Lidl, Hip und Capri Sonne. Ein Unbekannter schickte drei Briefbomben an die Konzernzentralen von Lidl, Hip und Capri Sonne. Was will der geheimnisvolle Attentäter? In den vergangenen Tagen waren in den Bildwerken in Eppelheim, ah, Capri Sonne, und in der Zentrale der Supermarktkette Lidl in Neckar-Süllen-Postsendungen. In Bayern fing die Polizei zuletzt eine explosive Postsendung an, die an den Bewerbungsherstellern die Bar auch interessant war. vieles coffee săntest, die in den Gratis beurteile. In Bayern fing die Polizei zu aufgabstehen, die offizie und bei uns einigen Jahren in Neckar-Süllen-Postsendungen zu berichten. In Bayern fing die Polizei zu dem Bewerbungsherristen die bemüht, den hat sich die Krongsteilacha in den Bereichen gefehlt. In Bayern fing die Polizei zu berichten. In Bayern fing die Polizei zu berichten, in Bayern fing die Polizei zu berichten. In Bayern fing die Polizei kommt in die Polizei zu berichten. In Bayern appeared mit dem Buch bestädern, Untertitelung des ZDF, 2020